Ja, herzlich willkommen meine Damen und Herren zu einer neuen Folge von Herdworld mit Minias. Und dem Herrn Fleischhammer, wir brauchen Steine. Hallo. Guck mal, da hinten ist so ein Sassfaschding. Komm, ist es. Ist wahrscheinlich kein Sassfaschding. Wir brauchen Steine. Ich habe jetzt noch 86 Sekunden, bis ich erfriere. Drei Minuten, aber wenn wir in die Richtung laufen, wird es doch bestimmt alt wieder gut. Bleibe hier. Pie. So warte er. Wir brauchen Steine, verdammt. Wieso haben wir denn keine Steine hier? Wir haben 60 im... Jagen wir den? Ja, ja, wir jagen den jetzt. Bist du bis hinter mir? Ich bin hinter hier. Wo ist er hin? Da. Der macht hier. Halt's auf. Da, bloß nicht rinno. Da, siehst du das auf dem Boden? Oh ja. Ah, ich bin vergiftet. Aber das ist gleich wieder vorbei. Leder, acht Stück. Bleib ruhig. Ist alles vorbei. Rund 40 Sekunden, bis ich erfriere. Guck mal, hier gibt es noch zwei Hügel. Da hinten ist übrigens noch so einer. Und hier ist nochmal Eisen. Oh, hier ist richtig viel Zeug. Los, lass uns mal gucken. Welches? Das hier, oder? Das hier. Ist das rote? Rote, ja. 21 Sekunden. Wie viel hast du? Hast du das vorher schon? Stein, Kohle. Aber kein Feuerstein. Fuck. Shit. Hier. Nochmal. 88 Sekunden. 80 Sekunden, 7 Sekunden. Eisenerz. Biers. Ich weiß auch nicht. Tür ist hier. Lager ist voll. Was liegt mir rum? Wieder ein Steak. Eisenerz und Stein. Ich kriege die Krise. Nein. Doch. Sag mal einer Familie, ich habe sie geliebt. Wir sind die einzigen Überlebenden, Mann. Fuck ey. Wir müssen doch langsam mal warm sein, oder? Ne, ist alles Pinienwälder, ne? Leder, Tiersehne. Combatlogger, Schwein. 66. Oh, pass auf hier. Okay. Ey, du musst mein Stuff mitnehmen. Ich habe noch 40 Sekunden, dann bin ich konsequent tot. Konsequent. Da vorne läuft jemand. Wo sind die da vorne? An dem Haus. Was ist das denn? Das ist auch da vorne. Da steht jemand, ja. Und tatsächlich. Hallo. Na? Oh, fuck. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ich töte mich. Oh, ich bin tot. Er hat mich getötet. Das Ding? Nein, ich liege da. Mein ganzer Stuff. Was hat dich getötet? Wildsau. Ah ja, stimmt. Oh, ich bin unsere Hütter. Haben wir noch Pfeile? Oh, du... Oh, du... Oh, du... Oh, unser... Ich bin auch tot! Die olle Sau! Unser Dings ist leer. Nee, ich wurde von die Viel getöteten... Na toll, Alter. Ähm, unser... Unser Schrank ist leer. Echt, ja? Ja, komplett. Ist doch gar nichts mehr drin hier. Wie, gar nicht mehr drin? Ach so, doch. Jetzt steht sie langsam wieder auf. Schrank ist leer. Türen sind offen, oder was? Ja, das ist ja cool. Die Türen sind offen. Nee. Hä? Der ist nicht autorisiert. Nur wir beide. Ja, das ist ja geil. Was ist denn für ein Scheiß? Das würde ich mal gern... Ja, das Ding hatte keinen Namen auch bei mir, ne? Ich habe jetzt Testgebiet reingeschrieben. Muss das Namen anschauen? Fleischens. So. Na gut, ist aber egal. Darum geht's ja nicht. Aber einen Rucksack behält man. Ja, ich habe alles behalten. Wo ist denn der ganze Stuff? Kann man den durch die Wand looten? Hallo, Hirnsturz-Crew. Steht da im Chat? Hallo. Ah, okay. Naja. Ganz gedacht. Ja, scheiße. Wie kommt ihr denn da ran? Ist das Dach offen? Ist da jemand reingehüpft? Nee, ist nicht offen. Ist alles zu. Kann nicht sein. Oh Mann, der ganze Stuff liegt da hinten. Was? Ja, was soll denn die Scheiße? Wieso ist denn der Schrank leer? Das verstehe ich nicht. Naja, eben. Weil man stirbt? Nein. Wieso? Macht das Schließfach keinen Sinn, was? Eben. Wieder von vorne, oder wie? Jupp. Keine Munition. Ah, fuck you. Ah, Mann ey, das nervt mich. Das ist wirklich ätzend, ja. Jetzt wird es auch noch kalt, Nacht, alles scheiße. Ich hole jetzt erstmal Holz, dass wir nichts erfrieren, ne? Ein Feuer steht ja da vorne, wir brauchen ja nicht eins craften. Wir müssen ja noch Brennmaterial reinmachen. Shit, wir hatten so viel Stuff dabei. Ich sag noch, lass uns zurückgehen. Ah, musst du nicht mehr mitlaufen. Doch, ich bin mitgelaufen. Na klar, wir haben immer so viel Stuff dabei, wenn wir so weit laufen. Das ist doch wohl klar. Aber das ist mein Rucksack. Ist ja damals wie ein Rust, wo erkennt er uns? Schämt dann. Woher, woher? Mir ist, woher? Weiß ich nicht. Wieso lachst du? Wann, sie kennen uns? Der Schutzkuh sagt mir nichts. Spinner. Ich hole mir das erstmal Feuerchen an, bevor wir hier... Ich bin schon wieder direkt am Neubeschaffen der Ressourcen hier. Ja, natürlich. Was willst du machen? Zurücklaufen bringt nichts. Ich glaube, der Stuff ist weg. Der Typ hat sich gefreut. Der hat sich gesagt, guck mal, der eine ist... Ja, vor allem stand bei mir. Ich bin nicht von dem ollen Schwein getötet worden, weil ich irgendwie zwar nicht vorstellen kann, aber okay. Oder ist ein Cheetah-Schwein? Das kannst du natürlich haben. Zack. Schwein. Also das Schöne ist schon mal, dass man seine... Wir müssen das direkt verarbeiten. Wir brauchen dann direkt einen Rucksack, weißt du? Dass man den behält. Dann hast du schon mal... Die Klamotten hat man doch auch behalten, oder? Ja, ja. Die Klamotten hat man auch behalten und den Rucksack halt behalten. Und das Werkzeug komplett. Also ich meine, man fängt nicht komplett neu an. Ja, das stimmt. Und das bisschen Material holst du schon wieder mit der Zeit. Aber dass der Schrank leer ist mit dem ganzen Stuff, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, ne. Das ist doch Cheetah. Man friert auch nicht so schnell, gell? Also ich meine, ich habe jetzt Klamotten an und... ...hab eigentlich temperaturtechnisch keine großartigen Probleme. Na, ich hatte kurz, wenn du stehen bleibst scheinbar. Ne, doch nicht. Ich renne gerade doch wieder. Damals schon wieder im Hinterland Orangen. Was ist denn das für ein... Hä? Ja, mir ist gerade ja so ein Baum vor der Nase weggespawnt. Das habe ich auch schon mal gesehen, ja. Ich glaube, ich geiste bei... ...der Urahn in dieser Lande. Heile Maul, Mann. Der Maul ist riesig scheiße halt da. Elch jetzt. Na? Elch? Wie ist es? Schau mal, es geht ein Elch. Doch. Für mich ist ein Elch. Jetzt fange ich an zu frieren. Es ist doch kein Feuerstein hinbekommen und dann wären wir in Sicherheit gewesen. Ja, vor allen Dingen. Und jetzt habe ich schon wieder drei. Und ein kürzes... Wenn du ihn suchst, ist es so, weißt du, ein Murphy's Gesetz. Third World's Gesetz. Third World. Gesetz. Third World. Third World Gesetz. The old bike is haunting you. Why? Why? I don't know why. It's cause it's hard in the air. Why, why, you don't know why. And why, man won't kill you every day. I need to eat. Oh yeah, you bitch motherfucker. Ich mach uns jetzt mal Feuerchen. Fucking fuck. Wird ja auch ein Rhino Crunch immer geliebt, wenn er dann irgendwie... Wenn er den Texaner raushängen lässt, ja. Das habe ich geliebt. Ich meine, er lebt ja noch, aber... Okay. Er lebt ja noch. macht leider viel zu wenig youtube videos dafür viel zu viel stream hat irgendwie seinen spaß dran gefunden ja wohl war was soll ich habe immer noch keine pfeile warum weil ich feuerstein und holz habe mache ich mir ganz schön paar pfeile na ja leck mich hungry schon dreimal in erhoben gestorben hier musst du dich noch mal daran gewöhnt haben oder ist es einfach nur ist es ein bug was dann muss ein bug sein das ist unser dingstleer ist unser schießfach wozu braucht man das was war das keine ahnung ich werde beschossen ich bin geschossen worden neben mir und neben mir schließen schlagen die kugeln ein schon wieder tot er habe schon was wollen lass mich weg ist gut am arsch alles gut scheiße schon wieder ist neben mir eingeschlagen die befolgen mich noten steht man wo kann ich weit sein wo bist du bin wieder also ich suche gerade meine leiche quasi aber ich sehe meine leiche als niemand sonst warum geht er nicht alles nehmen ich habe meine sachen wieder ach da steht da oder der ausgang von uns ich komme auch geschossen ja der hat ja der hat ja eine knarre ja das hat man doch gehört nee das habe ich nicht gehört das ist ja unfair hatte ich erschossen wie noch nicht ich mich jetzt gerade mal unsere lager ran ich habe eine frage wie bist du an die sachen für die für die waffe gekommen hey hallo hat er dich erschossen ne noch nicht also er schießt noch nicht auf mich gerade naja er schießt auf mich gerade er soll seine umgekehrt verballern das ist gut ja vielleicht können wir den ja vielleicht können wir den ja ein bisschen hey ist gut beruhig dich beruhig dich alles gut alles wird easy alles easy ach bloß die türen hier auf naja wo ist auch ihre soll ich reingehen ok oh jetzt hat er mich getroffen bin ich zur hälfte kapott gleich hinter ihm ok bin tatsächlich gleich hinter ihm ok oh scheiße er schießt ich krieg's mir in die sau oh da schießt sie da ey wieso kann ich den nicht treffen weil der cheater ist shit scheiße wo ist mein bogen hin ich hab meinen bogen irgendwie fallen lassen na jetzt oh clanweit los jungs ah krieg die krise scheiße bist du denn mit dem bogen ach guck mal trolley ah fuck er hat mich trolley der alte combat logger trolley macht gerne combat log ja ja äh übrigens die sachen wieder im ähm ähm echt ja komm mal rin äh du denn süß ja kipp mal an na gut dann erwarten wir sie drinnen oder wat erst mal munition machen ja munition ja und hier hier da und hier so und jetzt 17 leder und 11 faden wir brauchen noch 3 leder hast du noch 3 leder ne quatsch du bist ja gerade gestorben ne ich nehm mal einmal pfeile wenn es drin in voll ist dann wirft er die raus ach alles klar aber sind die pfeile jetzt hinten 30 stück ok aber was denn das ist ja geil geworden hier gibt es gefrorenes gekochtes steak gefroren aha guck mal ja weil es hier so kalt ist oder wann naja du hast die heizung gespart und du ja raus raus und auf ich fresse aber mit 10 pfeilen ich hab äh mach dir noch welche ich hab 40 warte teile die komm mir komm ich komm mal rinne nie die waren hier drüben vorhin ah ok sie sind weg man bei dir kommt ein leichter brummen rüber ja wenn ich spreche aber nur ne ja ja dann ist es von draußen ja draußen so ein auto oder sowas ok mal ich schütze mich ich bin bei dir dahinten ist einer dahinten ist einer am baum da kommt uns entgegen everybody be cool and you be cool ach shit mich was wir machen jetzt ich glaube wir sollten was du gesagt ho 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 meine ohren ja wir müssen die Hütte weiter ausbauen ja lass uns bei der Hütte bleiben ja es kommt gut glaube ich wenn man ne einfach wenn er angegriffen ist everybody stay calm please stay calm you be cool da klingt oh bist du das an dem stein ja ich bin ne ich bin nicht an dem stein ich bin an dem holz jetzt ist das holz weg ja dann ist das jemand anders mit Mütze wo nach unten auf der Straße er läuft jetzt gerade nach links die Straße mann 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 ey mach ihm shit ey ich hab den einen nochmal getroffen aber leider ein Körpertreffer ja vor allen Dingen stand ich hier bei X-Men stand ich genau hinter ihm also wird man ja eine Aufnahme sehen und halte ihm meinen Speer in den Kopf halte ich ihn rein schießt ach hat es gehört ja es hat das Vieh gehört und nix passiert ne nix also ich weiß nicht ob ich ihn getroffen habe oder nicht aber also ich möchte behaupten dass auch hier starke Lacks auftreten aber ich möchte nicht ausschließen dass hier auch irgendwelche Cheater rummachen ich finde wenn man sich bewegt hat man so eine Art Wischeffekt drin das ist mir auch eine Aufnahme aufgefallen da habe ich das eingeschaltet und die ganze Zeit schon aufgefallen aber es ist nicht ganz so störend wie bei anderen Spielen ja hast du hast du einen Wischeffekt drin ja so einen leichten aber ja er ist nicht ganz so schlimm in der Aufnahme ist halt wenn ich weiß die Einzelbilder für einen Screenshot durchgehe dann sehe ich das halt verschwimmt macht es im Auge so ein bisschen unruhig im Auge ja why can't I put a floor to make a roof the roof the roof is on fire deswegen mein Freund cause the roof is on fire ich finde es gut dass du das jump check Springer Springer pssst jump check geh schnell weg geh weg was redest du mit jemand ja so hungry ich bin übrigens runger du das gerade schießt mit dem Bogen ja äh alter ah fuck wir müssen hier unser Holz verteilen ja wir müssen vor allem auch ähm uns auf Stein konzentrieren ne und wenn wir nächsten Ausflug machen haben wir ein Lagerfeuer einstecken oh ja ne gute Idee ja nur so als Idee ja ja absolut gute Idee völlig wichtig wie viel Stein hast denn du ich hab einen Sandstein Stein gar nichts fünf Kalkstein sieben Steine völlig unter Stein ich will endlich die Shit hier zumachen dass wir eine Doppelwand drin haben ja gespornt aber nichts für nur Holz hier bei uns nur Holz und auf der anderen Seite war das irgendwie besser ja schon wieder 18 Minuten mit ein bisschen Action dass du es spannst du grad ja ist es schon so weit ne ja es ist schon dieses wenn der wenn der diesen Bogen langsam zurückzieht kriegst du schon so die Gänsehaut indem er das zurückzieht okay dein normalen Stein hast du wie viel bei sieben reicht alles nicht sieben ja können wir eh ne Wand setzen weißt du es ist ja nicht so dass hier Stein um uns herum her wäre in Hülle und Fülle ja gut ja das Schöne ist wirklich das spawnt halt relativ schnell nach da spielst du gar nicht drin ne 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 ok ich packe jetzt mal mein Stuff in den in den Schrank rein kannst du ja echt auf dem Feld ein paar Mal nennen das ist geil das gebratene Steak ist wieder aufgetaut ich bin sehr hungrig das esse ich jetzt einmal gefrierbrannt Steak das war noch ein bisschen achst du gerade ja ich sehe noch ein Steigen jetzt hier warte mal warte mal hast du noch Leder ich brauche noch Leder ne Leder hat gar nichts drei Leder damit ich einen Rucksack kriege drei Leder ok warte drei Nüsse für einen Aschenbrötel einen Rucksack für einen und hier hier totes Tier ach das zwei Idioten einen Gedanken Leder bei? ja wir sind bei 19 Minuten wer hat angefangen ich glaube du hast angefangen wenn ich mich nicht täusche ja dann wir bieten ja auch die ihre hier abzumoderieren deswegen sage ich herzlichen Dank für das Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder wenn es heißt immer noch kein Stein.de warum spielen wir Rust alter? denn tschüss tschüss